Das läuft glaube ich alles in Stufen. Das war glaube ich die erste Stufe, wenn ich frage, Hamburg geht's euch gut? Das war die erste, die haben wir jetzt schon erreicht. Ich glaube wir probieren jetzt schon mal die zweite aus. Die zweite Stufe, das heißt einfach, ihr seid nur noch lauter als eben, okay? Hamburg geht's euch gut? Ja, okay, das war eine gute zweite Stufe. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Song, der da heißt You and Me. Let's go! We'll be right back. Das war's. Das war's für heute. Do not do so just in Lafrenzung But I don't wanna see Well I need to know But I'm not about getting But one by the path Why do you like the more fear? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR